Das ist winterlich geworden bei uns, aber ab morgen kann man das Winterwetter genießen. Dann kommt nämlich kein neuer Schnee dazu, sondern dafür viel Sonnenschein. 8 bis 11 Stunden werden es im Norden sein, direkt im äußersten Süden. Da noch etwas dichtere Wolkenfelder und dementsprechend nur oder immerhin wenigstens 4 bis 6 Stunden Sonne. Es kann auch in der Nacht örtlich zu Glätte kommen. Zum einen fallen noch ein paar Schneeschauer, die dann aber mehr und mehr nachlassen. Und zum anderen gefriert natürlich der angetaute Schnee, die entsprechend vorsichtig fahren, vorsichtig unterwegs sein. Von Norden her wird es zunehmend trocken. Und es wird ziemlich kalt, die Temperaturen sinken bis morgen früh auf minus 5 bis minus 9 Grad. Morgen Vormittag dann aber schon viel Sonne im Norden, nach Süden hin noch dichtere Wolkenfelder. Auch im Laufe des Nachmittags bleibt es bei dieser Verteilung im Norden viel Sonne, etwas kompaktere Wolken, so Richtung Allgäu. In Sachen Schnee sollte es dann aber durch sein. Die Temperaturen liegen am Nachmittag meist so bei Werten zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Das kommt einem aber noch deutlich kälter vor, weil der Wind sehr kräftig ist. Er kommt aus nordöstlichen Richtungen in Mittelwindstärke 4 bis 5. Das heißt, es sind noch stärkere Böen dabei. Und auf den Schwarzwaldhöhen sowie in Richtung Bodensee, da kann es an sich starke bis zum Teil sogar stürmische Windböen geben. Also morgen beim Sonntagsspaziergang richtig warm anziehen. Am Montag recht sonnig, nach Nebelauflösung ein paar Hochnebelfelder und nach sehr kalter Nacht. Die erwartet uns auch in der Nacht zu Dienstag. Am Dienstag selbst dann Sonnenschein, paar dichtere Wolkenfelder im Süden. Richtung Allgäu gilt das auch für den Mittwoch mit ein paar Flocken.